Spann den QR-Code und du bist auf meiner YouTube-Seite. Herzlich Willkommen im Video-Bloch Eichhause 774. Zugaus hat ein Rentriechskal einundsannig. Er beacht und sekt mich über seinem Innenbett und Lüftbach nach Seidbrücker Hauptbahnhof. Er beacht und den Klamer ist ein Interesse, der auf der Klamer zurück. Ich habe einen Leiter Film gehabt als die Rollstuhl-Bloch Eichhause 80iger. Du bist so großartig, ganz kurz auf der Klamer. Ruhige, sehr viel, schon mal Winterland und Lüftbach. Aber das ist der Zuiduker. Viel Spaß beim Anschauen. Auf Wiedersehen.